Jetzt trete ich mal in die andere Richtung. Du kennst dieses Kind of Cheese? Ja, du kennst das. Welcher? Dieses Kind of Cheese. Geil! Wahnsinn! Wie ist die Fisch gerade? Das ist geil! Na gut, Gott sei Dank! Das ist doch für euch wirklich ein schönes Gefühl. Und ein Mensch! Das hat er doch schon.